Ich werde jetzt gerade erst mal die Hatches machen. Vogel, ich glaube du brauchst ein Reinforcement. Warte mal, ich helfe dir. Untersteh dich. Habe ich dich getroffen? Nein, habe ich gedacht. Okay, sehr gut. Es hat so gefährlich ausgeschaut, was du da machst. Ich glaube du brauchst wirklich ein Reinforcement zurück. Ich habe die Dropper gemacht. Na ja. Hast du das gemacht? Ich finde, du bist in Position. Hast du gemacht? Nein, bist er nicht. Doch, ist er? Let's go! Oh Gott, ist das laut. Ja! Das ist so traurig. Er ist da unten! Ja, warte, warte. Ich beeile mich. Drei, zwei, eins. Rett weg da! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Warum sind wir beide im Klo? Oh, da ist Matti! Okay, halt. Ich muss aufhören. Wieso funktioniert das immer? Das sperrt uns allen! Das ist unfair! Der hat uns im Klo eingekommen. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich bin so rot gerade! Fuck! Ich komme! Ich komme! Also ich komme! Das ist immer funktioniert! Fischi hinter uns! Hinter durch die Wand! Ja, ich komme hier von hinten! Keine Sorge! Was machst du denn? Da ist eine Hibana! Rechts um die Ecke! Wir haben ein Problem, Leute! Ich kann nicht schießen! Ja, der Mond sieht nicht! Was war das eigentlich für ne Runde? Was war das eigentlich für ne Runde? Das war die beste Runde seit langem! Ja, das war's.